Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu einem weiteren Rom-Total-War-Online-Battle von mir. Diesmal kämpfe ich mit den Patern gegen die Sküten. Es ist also eine sehr engartige Schlachtkonstellation. Man sieht ja selten zwei Reitervölker aufeinandertreffen. Ich habe es bewusst provoziert, weil mein Gegner sich für die Sküten entschieden hat. Da habe ich mir gedacht, machen wir es mal spannend und nehmen mal welche mit ähnlichen Taktiken. Vor allem, weil keiner von uns den Kavallerie Vorteil hat. Ich habe schwere Kavallerie, er hingegen nicht so gute Schwere. Der Alfred R. war Kopfgeld meiden, die die Rüstung von meinen Katapfrakten locker zerschlägt. Also es ist eine sehr riskante Schlacht. Allerdings habe ich eindeutig den Bogenschützenvorteil. Er hat gar keine Chance, so viele aufzubauen, also viele mitzunehmen. Er könnte höchstens sechs mitnehmen. Ich habe sechs Bogenschützen und nochmal sechs Steinschleuderer. Also überwiege ich von der Masse her der Fernkämpfer. Also war mir, das ist eigentlich auch so ziemlich der wichtigste Kampf mit. So entscheide ich mich, die Infanterie. Ich verstecke hier drüben übrigens meine arabische Kavallerie, die ich mitgenommen habe. Die wollte ich als schnelle Eingreiftruppe benutzen. Weil die arabische Kavallerie wird eigentlich auch unterschätzt. Die ist sehr flexibel, sehr schnell und auch hat einen immensen Vorteil gegen Lanzen. Hier habe ich auch nochmal persische Reiter mitgenommen, also persische Kavallerie, um nochmal meinen Fernkampfbonus zu stärken. Habe Kamel, also Katafrakte, Kamel-Katafrakte mitkommen. Keine Beduinen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich mir sicher war, dass ich eigentlich eine schneller Eingreiftruppe brauche, wie meine arabische Kavallerie. Sowie auch meine persische Kavallerie. Die war mir sehr wichtig, die brauchte ich beide. Also musste ich eben auf die Beduinen-Krieger verzichten und habe deswegen lieber Kamel-Katafrakte mitgenommen. Ich nehme die allerdings nicht so gerne mit, weil die deutlich langsamer sind als Katafrakte. Und dass sie auch einen schlechteren Ansturm haben als Katafrakte und auch insgesamt zu spät am Ziel ankommen. Trotzdem habe ich sie mitgenommen, einfach aus dem Grund, dass ich Kamele dabei habe, die doch die Kavallerie hier deutlich in der Moral schädigen können. Was mir wieder einen Vorteil verschafft, was quasi auch diesen Rüstungsbonus von ihm ausgleicht. Dafür habe ich aber noch zwei Kavallerie-Truppen-Katafrakte mit dabei und in einem Trupp befindet sich mein General. Gucken wir uns mal die gegnerische Armee an. Wie ich es vorher gesehen habe, hat er sechs Einheiten Bogenschützen dabei, allerdings die guten war auch eine schlaue Wahl. Da eben hier jetzt der Fernkampf sich wirklich darauf beruht, wer einfach effektiver ist mit seinem Fernkampf. Und da er auf Elite-Bogenschützen-Bande setzt, hat er eben eine bessere Rüstung. Ist zwar insgesamt deutlich teurer als zwei Truppen meiner Leute, doch ist das Problem dabei, dass er eben mit der Rüstung ausgleichen muss. Sein Vorteil ist allerdings, dass seine Kavallerie deutlich günstiger ist als meine. Deswegen kann er auch seine Kavallerie wesentlich besser upgraden als ich. Er hat deswegen auch sechsmal Kopfgeldmeiden mit dabei, wo sich auch der General drin übrigens befindet. Hat also einen immensen Vorteil gegen meine Katafrakte. Hier drüben hat er aber auch nochmal zwei Fernkampf-Kavalleristen mitgenommen. Und zwar zweimal skidische Bogenschützen-Elite, also hat er auch sehr gute Fernkämpfer mit dabei zu Pferde. Also ist es eigentlich ein sehr ausgeglichener Kampf. Aber dann legen wir mal direkt los. Ich starte ja hier vom Hügel, also naja okay, was heißt Hügel? Ich habe ein leichtes Gefälle zu meinen Gunsten. Ich marschiere, also nachdem ich erstmal die Lage hier abgecheckt habe, marschiere ich auch relativ flottlos. Hier drüben sieht man schon, wie er mir bedrohlich nahe kommt. Ich lasse jetzt meine Bogenschützen hier schon rauffeuern. Er merkt das noch gar nicht. War eben ein Vorteil von mir. Jetzt fliegen die Pfeile hier auch gleich rein und können hier und da ein paar Männer mit den Tod reißen. Damit natürlich hier der Kampf eindeutig zu meinen Gunsten entschieden wurde, habe ich neben der Taktik, dass ich die hier im Wald stehen lassen habe, noch schnell meine anderen Reiter dazugezogen, um von hier aus dem Wald rauszuschießen. Der Forte da weiß eben, dass seine Pfeile ineffektiver werden gegenüber meinen. Er hingegen doch deutlich anfälliger. Er hat nämlich schon drei Reiter vor, und ich gerade mal eins. Ich marschiere jetzt hier schon vorwärts, habe diese Kavallerie erstmal noch versteckt gehalten, somit hat er sich wahrscheinlich auch in der Vormacht gewogen, hat gedacht, er ist deutlich stärker als ich. Jetzt musste ich natürlich vormarschieren, weil seine Bogenschützen hatten ja hier schon schießen können, meine noch nicht. Und ich musste meine Steinschuldre in die Nähe bringen, dass sie effektiv werden erst. Hier sieht man schon, die erste Truppe ist schon fast komplett tot. Das ist der Vorteil von Elite-Bogenschützenbanden. Jetzt kommt er mit seiner Kavallerie in sehr klar Urgeschachtzug, denn dadurch hat er mich gezwungen, meine Fernkämpfe aufzugeben und lieber mit der Kavallerie dazuzuruschen. Hier drüben ist der Sieg klar und eindeutig, und man sieht hier, der ganze Truppkatafrakte wird vernichtet von mir. Ein immens wichtiger Schlag von ihm. Allerdings hat er generell doch deutlich einstecken müssen. Jetzt kommt meine schnelle Eingreiftruppe hier drüben. Rechtzeitig noch, gerade im letzten Moment, um hier noch mit einzugreifen. Meine Bogenschütze und Steinschuldre habe ich hier alle mit in den Nahkampf geschickt, dadurch hatte er keine Chance gehabt mit seiner Kavallerie. Hier drüben möchte er jetzt mit seiner Kavallerie zur Verstärkung kommen. Ich ziehe meine auch noch schnell dazu. Man sieht hier drüben bricht die Linie zusammen, sein General ist gefallen gerade eben noch, und jetzt bricht die Moral noch wesentlich schneller zusammen. Ich ziehe jetzt meine Kavallerie hier rein, um den Trupp schon mal ein bisschen zu schwächen hier drüben. War allerdings, muss ich ehrlich sagen, keine so gute Idee. Hab Feuerfeile aktiviert, um die Moral noch weiter zu schädigen. Ich hätte lieber von der Seite aufräumsen, man sieht schon, der erste Trupp von mir flieht mit 18 Mann. Natürlich ärgerlich, dass ich durch meine eigenen Feuerfeile ihn zum Fliehen bewegt habe. Hier drüben fliehen noch mal meine persischen Reiter, plus die ganze gegnerische Kavallerie gleich. Also das ist ein sehr enger Kavallerie-Kampf, muss man sagen. War wirklich eine sehr enge Schlacht. Meine Bogenschütze sind jetzt eindeutig im Nachteil, das muss man so erwähnt haben. Allerdings können sie doch hier noch ganz schön schädigen, durch ihre Feuerfeile doch in die Moral ganz schön zerschlagen. Hier drüben haben sich einige Einheiten wieder gesammelt. Und ich ziehe sie schnell wieder nach vorne dazu, da ich sie jetzt unbedingt brauche. Ziehe meine Kavallerie erstmal aus dem Geschehen raus. Wollte sie noch ein bisschen schützen und auch gar nicht erst riskieren, dass die hier großartig noch mehr Verluste machen als nötig. Um so später als entscheidende Einheit hier in die Linie reinzuführen. Nun war mir klar, ich durfte mir nicht zu viel Zeit lassen, da ja seine Bogenschützen mir deutlich überlegen sind. Also musste ich auch schnell überlegen, wie ich das jetzt weitermache. Ich habe hier drüben gesehen, dass sich meine Einheiten wieder gesammelt haben. Ziehe alle wieder zusammen. Da sieht man es schon, die kommen jetzt alle schön. Und möchte jetzt eigentlich noch effektiver vorgehen. Mein Steinstellerer feiert jetzt auch noch ein paar Mal rauf. Bei den Bogenschützen sieht man hier immense Verluste. Also das macht sich schon bemerkbar. Ich habe die Feuerfeile mittlerweile schon wieder ausgeschaltet, weil ich jetzt mir auf Kills setzen wollte. Und auch nicht durch meine eigenen Feuerfeile meine eigenen Einheiten zum Fliehen bewegen wollte. Hier drüben chargen jetzt meine Katafrakte auch ein. Ich habe aber zum Glück noch ziemlich viele Kamele gehabt, was eben auch der Vorteil ist, dass ich gegen die Kavallerie gewonnen habe. Man sieht schon, in den Arabischen Krieg sind deutlich schneller als die Katafrakte. Hier drüben der Trupp, der hat schon ganz schön einstecken müssen durch diesen einen Trupp, der jetzt hier gerade gechargt ist. Jetzt kommt der zweite und er flieht. Jetzt versuche ich das auf den nächsten zu übertragen, indem ich jetzt die ganze Flanke aufrolle. Und man sieht, der flieht auch gleich, nachdem hier der nächste Trupp noch ankommt. Oh, noch einen kleinen Moment. Na doch, noch schon früher. Er flieht jetzt. Jetzt kommt der nächste Trupp dazu. Der flieht gleich sofort mit. Und danach versuche ich noch auf den hier weiter auszuräumen. Den noch mitzunehmen. Und es klappt auch noch. Jetzt wird mein Fernkampf mit in den Nahkampf gehen, weil es sich nicht mehr lohnt, im Fernkampf zu kämpfen. Und will jetzt diesen Moral-Damage auf jeden Trupp übertragen. Man sieht, alle fliehen. Und so habe ich die Schlacht noch ganz knapp gewonnen. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Also man sieht schon knapper Sieg. Und ich bin mit fast 200 Mann, äh, ich bin mit mehr als 200 Mann aufmaschiert als er. Habe seine Armee fast komplett vernichtet. Er hat den gegen meine auch sehr hart rannehmen können. Also hat von mir auch noch 200 Überlebende übrig gelassen. Also es war wirklich eng. Er hat schon mehr gekillt als ich auf jeden Fall. Aber da hat sich eben die Masse wieder bezahlt gemacht. Da war dieser Quantitäts- und Qualitätsunterschied. Aber ich muss auch sagen, seine Armee hätte auch durchaus gewinnen können. Hätte er sein Geschick ein bisschen besser eingesetzt, muss ich ehrlich sagen. Er hätte nicht mit allen einfach so sofort rein rein müssen. Er hätte mit den, meiner Meinung nach, mit den Elite-Bogenschützen in den Nahkampf gehen müssen. Um dann mit der Kavallerie von der Flanke zu chargen und meine Kavallerie auszuschalten. Das ist meine Meinung gewesen. Man sieht hier, die Kills sind recht gut verteilt. Die Bogenschützen doch mit den meisten Kills. Die Kata fragte eher wenig. Mein arabischer Kali war auch nicht schlecht dabei. Also eigentlich hat alle mindestens 10 Kills gehabt. Jeder Trupp. Guck jetzt meine Statistiken. Also, haben wir gemacht. Ich verabschwinde mich erst wieder von euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal.